Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen. Manchmal ist es beim Lehren von Nutzen den Schüler zu praktischen Belangen zurückzuführen, besonders nachdem man etwas durchgenommen hat, was theoretisch und fern von dem zu sein scheint, was er bereits gelernt hat. Dies wollen wir heute tun. Wir werden nicht von hochfliegenden, weltumfassenden Ideen sprechen, sondern uns stattdessen mit ihrem Nutzen für Dich befassen. Du erwartest nicht zu viel vom Leben, sondern viel zu wenig. Wenn Du zulässt, dass Dein Geist zu körperlichen Belangen hingezogen wird, zu Dingen, die Du kaufst, zu Ruhm, wie die Welt ihn schätzt, dann bittest Du um Leiden, nicht um Glück. Dieser Kurs versucht nicht, Dir das Wenige wegzunehmen, das Du hast. Er versucht nicht, Befriedigungen, die die Welt enthält, zu utopischen Ideen zu ersetzen. Es gibt in der Welt keine Befriedigungen. Ja, und das ist so, so hilfreich, wenn wir das wirklich verinnerlichen. Das Ego ist in seinem Egoismus so vielfältig, dass wir es meist nicht bemerken. Wir glauben, dass unsere persönlichen Ziele uns in irgendetwas geben könnte, was niemals einen wirklichen Wert hat. Letztendlich könnte man die ganze Lektion so zusammenfassen. Bist Du bereit, dass sich alles auf natürliche Weise entfaltet? Bist Du bereit, dies so anzunehmen, dass sich alles auf völlig natürliche Weise entfaltet? Immer wenn es sich auf natürliche Weise entfalten kann, dann bist Du im Geiste Gottes. Immer dann, wenn Du glaubst, Du bräuchtest jetzt unbedingt dies, dieses Haus, diese Wohnung, diesen Partner, diesen Job oder was immer sich gerade anbietet in Deinem Denken, dann fügst Du Dir Leid zu. Und wer hingegen alles auf natürliche Weise entfalten lässt, der ist frei, er ist nicht mehr im Konflikt. Ich könnte Dir auch eine andere Frage stellen, und Du weißt, ich stelle gerne Fragen. Wie treu bist Du der Welt? Wie treu bist Du Deinem Partner? Wie treu bist Du Deinen Kindern gegenüber? Was meine ich mit Treue? Wie sehr bist Du in der Liebe mit der Welt, mit Deinem Partner, mit Deinen Kindern? Jede Beziehung ist verpflichtend. Verpflichtend bedeutet, jede Beziehung lädt uns ein, in vollständiger Vergebung bzw. Liebe zu sein und alle persönlichen Wünsche, alle persönlichen Gedanken letztendlich aufzugeben und dadurch zu erkennen, wie sich alles entfaltet. Wenn ich aber glaube, die Welt müsste so und so sein, und denke ich an begrenzte Ziele, glaube ich an begrenzte Ziele und bin der Ansicht, dass sie mich glücklich machen. Wenn ich glaube, mein Partner müsste so oder so sein oder dies oder jenes nicht tun, glaube ich an begrenzte Ziele, genauso wie mit meinen Kindern. Und dir das einmal anzuschauen, wirklich anzuschauen, das wird Dein ganzes Leben von jeglichem Egoismus befreien. Du wirst frei, du wirst klaren Geistes und die Konflikte, die in Deinem Geist sind, enden. Und Du wirst in einer solchen Klarheit kommunizieren und in einer so großen Klarheit in die Welt schauen, dass man nur noch eines sagen kann, Du bist in vollkommener Liebe. Wie hilfreich ist es, an einer Blume zu ziehen, damit sie schneller wächst, oder an einem Baum? Ergibt das irgendeinen Sinn, an einem frischen Samen zu ziehen, damit er schneller wächst und Du eine schnellere Ernte bekommst? Angenommen, Du pflanzt einen Zitronenbaum, oder, ja, einen Zitronenbaum, ich mache gerade eine Zitronenkur, das heißt, ich trinke gerne Zitronensaft. Und angenommen, Du pflanzt einen Zitronenbaum, wie hilfreich ist es, ständig an diesem Baum herumzuziehen, an ihm herumzumachen, sodass er schneller wächst. Das bringt überhaupt nichts. Aber wir sind ständig bestrebt, in der Welt die Dinge zu beschleunigen. Es muss schneller gehen, es muss anders gehen, es muss besser gehen. Hier und da ist ein Fehler. Und was passiert? Stress, Stress, Stress. Stress ist übrigens die eine Todesursache, die dein Traumdasein erheblich verkürzt. Alles sich entfalten lassen, welch ein großes Geschenk. Stimmt's? Und ich lerne das immer mehr. Und warum? Weil ich beginne, Gott zu vertrauen. Und ich weiß, dass sich alles auf natürliche Art und Weise entfaltet. Und immer wenn ich glaube, dass ich etwas beschleunigen müsste, oder dass ich etwas Besonderes wollte, spüre ich ganz genau, es geht mir nicht gut. Ich füge mir weiteres Leiden zu. Und dann kann ich mich fragen, wie treu bin ich, wie treu bin ich der Situation? Wie treu bin ich wirklich der Welt, meinem Partner, meinen Kindern? Bin ich in vollkommener Liebe? Also, es dreht sich nicht so sehr, oder überhaupt nicht, und das wird hier sehr oft angesprochen, denn diese Lektion kann man wieder völlig falsch interpretieren, so wie vieles, was in diesem Kurs steht. Es dreht sich nicht darum, die Welt zu verändern, sondern unser Denken, und die Welt wird folgen. Und solange ich mich mit begrenzten Dingen identifiziere und glaube, dass sie mich glücklich machen, weiß ich nicht, wie sehr ich mich im Unglück befinde. Diese Lektion kann man auch so lesen, dass man glaubt, man müsste in Armut verharren und der Welt entsagen und nur noch völlig in der Natur zurückgezogen leben, weil man darf nichts mehr kaufen, sondern nur noch das, was direkt vom Baum fällt, und man darf es auch nicht mehr aufheben. Man muss die Kunst entwickeln, das, was vom Baum fällt, auch direkt mit dem Mund zu fangen, nicht mit den Händen. Kann man alles machen, das ist dann eine neue Idee, wie man sich selbst verletzen kann. Nein, dieser Kurs lädt dich nicht dazu ein, zu entsagen, sondern anders zu denken. Manchmal bekomme ich die Kritik, oder wenn ich bei Amazon lese, was zum Beispiel das Buch beinhaltet, das ich geschrieben habe, es ist ein Kampf gegen den Körper. Ja, so kann man diesen Kurs verstehen, ein Kampf gegen den Körper. Aber sie merken nicht, wie sehr sie selbst gegen den Körper kämpfen. Schon alleine, wenn sie dieses Urteil fällen, wissen sie nicht, was sie sich selbst antun und in welchem Kampf sie sich befinden. Wer kann denn einen Kampf sehen? Doch nur diejenigen, die kämpfen. wir anerkennen die Bedeutungslosigkeit der Welt, damit wir endlich Liebe wahrnehmen und sehen. Und das ist für manche erschreckend, das weiß ich, natürlich. Aber solange ich begrenzte Bedeutungen auf die Situationen ausrichte, solange ich diese Projektion wahr mache, muss ich mich selbst als begrenzt erfahren. Der Körper wurde vom Ego-Denksystem erträumt. Und wir wollen alles, was vom Ego-Denksystem, also alles Begrenzte, was vom Ego-Denksystem erträumt wurde, wollen wir nutzen, um es in Liebe zu sehen. Das heißt auch den Körper. Aber solange der Körper begrenzte Ideen in sich birgt, muss er seine Begrenztheit erfahren, spätestens dann, wenn er abgelegt wird, wenn er stirbt. Wir wollen uns selbst als ewiges Leben begreifen und den Körper dazu nutzen, um diese Lehre, die Liebe, zu repräsentieren. Wir erinnern uns, es gibt nur Liebe oder Angst. Und Liebe ist ewig. Sie kann nicht begrenzt sein. Sie ist nicht unterteilt in verschiedenen Aspekten. Dich liebe ich und dich liebe ich ein bisschen und dich liebe ich überhaupt nicht. So funktioniert das nicht. Liebe ist ewig und du bist ewig. Und alles, was endet, ist Angst. Alles, was endet, ist Angst. Und wer hat die Angst gemacht? Du. Du. Du bist verantwortlich für deine Angst. Und wenn du deine Angst anschaust und ihr keinen Glauben mehr schenkst, dann wird sie schwinden. Wir könnten es auch so formulieren, Angst ist einfach nur eine dumme Angewohnheit. Es ist ein Reflex. Ein dummer Reflex. Man könnte es natürlich freundlicher formulieren, aber was soll's. Wir müssen schon erkennen, was Angst ist, damit wir sie aufgeben. Ein sinnloser Reflex. Und warum kann sich Angst zeigen? Weil wir an die Angst glauben, an eine begrenzte Welt, die wir erträumt haben. Weil wir glauben, wir müssten die Welt kontrollieren. Überprüf das mal sehr genau bei dir. Kannst du das erkennen, dass du glaubst, du müsstest irgendetwas kontrollieren, damit es dir gut geht? Anstatt dem inneren Lehrer zu folgen, der dir in jedem Augenblick sagt, was gut für dich ist und was hilfreich ist, wohin du zu gehen hast und was du zu tun hast? Ich bekomme oft Angebote oder Anrufe oder E-Mails, wo ich gefragt werde, was soll ich hier tun? Ich gebe keine Antwort. Und wenn du mir 10.000 Euro für die Antwort geben würdest, ich gebe dir keine Antwort. Das Einzige, was ich tun kann, ist dir anzubieten, auf deinen inneren Lehrer zu hören. Auch wenn du glaubst, dies ist jetzt das Wichtigste, was beantwortet werden muss. Ich befinde mich in einer Krisensituation. Ich bin krank, ich weiß nicht mehr weiter, ich müsste irgendeinen, im Job eine wichtige Entscheidung treffen und so weiter. Wir haben ewige Geschichten. Niemand kann dir wirklich abnehmen, zurückzutreten. Und irgendwann musst du es tun. Irgendwann musst du es tun. Letztendlich ist es die Einladung, dich für die Liebe zu entscheiden und zu erkennen, dass aus dieser Entscheidung alles auf sehr natürliche Weise sich entfalten wird. Auf eine völlig natürliche Art und Weise. ist das schwierig für jemanden, der im Egoismus gefangen ist? Ja. Ist es einfach? Für jemanden, der heilen möchte, ist es sehr einfach. und so kannst du dich überprüfen, nutze ich die Situation, um zu heilen oder nutze ich diese, um weiteres Leiden in mir, nur in mir, hervorzurufen. und wenn du in Treue bist, wenn du in Treue der Liebe gegenüber bist, dann wirst du so klar, du wirst so, du wirst kristallklar in deinem Geist. und weil du nie mehr im Konflikt bist. Du kannst nicht im Konflikt sein, wenn du dich für die Liebe entscheidest. Das ist ein Kriterium, das dir enorm, enorm, das eine enorme Erleichterung herbeiführen kann. Kannst du das sehen? Kannst du das erkennen? Das ist eine sehr praktische Maßnahme, die wir anwenden können. Und jeder von uns ist doch in der Lage, sich zu entscheiden. Stimmt's? Und jetzt wollen wir uns nicht mehr zwischen diesem und jenem entscheiden, sondern nur noch für die Liebe. Nur noch für die Liebe in uns. Denn jeder von uns möchte doch glücklich sein. Jeder von uns möchte durch Frieden erfahren und einen kristallklaren Geist, durch diesen kristallklaren Geist, die Welt sehen und erkennen. Jeder möchte es. Und woran es liegt, weißt du jetzt. Und es gibt auch keine Ausreden mehr. Es gibt keine Ausrede mehr für die Situation, in der du dich befindest, wo du glaubst, es geht dir nicht gut. Es gibt auch keine Ausrede mehr für die Situation, in der du dich befindest, in der du sagst, ich weiß nicht, was ich tun soll. So viele verzweifelte Menschen rennen hier herum. Milliarden von Milliarden Menschen, Billionen von Menschen sind hier schon auf der Erde gelandet und wieder gegangen und haben sich immer gefragt, soll ich dieses oder jenes tun? Sie haben nicht erkannt, dass es sich darum nicht dreht. Sie wussten nicht, dass sie sich für die Liebe entscheiden müssen, um diesen Kreislauf des Werdens und Vergehens endlich zu beenden. Du bist in der Lage, genau jetzt, aber wirklich genau jetzt und keine Ausrede ist gültig. Du bist in der Lage, jetzt vollkommenen Frieden, Liebe, Glückseligkeit, Freiheit, Reichtum, Wohlstand, Gesundheit zu erfahren. Noch einmal, ein Geist, der sich krank machen kann, ein Geist der Armut, der Elend, der Beziehungskonflikte, der ständigen Streit erfahren kann, der ist doch wohl in der Lage, all dies zu verändern. Denn all dies wurde durch ihn selbst gemacht. Keine Ausreden mehr. Ganz praktisch, wie oft kriege ich zu hören oder zu lesen, Ja, mein Mann oder meine Frau ist ständig, möchte ständig streiten, nichts ist richtig, alles ist falsch, was soll ich nur tun, was mache ich nur falsch? Du denkst falsch. Andere fragen, Ja, brauche ich in der Partnerschaft, brauche ich da jemand, und sollte mein Partner auch den Kurs in Wundern machen? Nein, du sollst ihn machen. Nur du. Erwarte nicht, dass dein Partner den Kurs machen sollte. Wie leicht ist, oder wenn du dann einen Partner hast, der auch den Kurs macht, dann kannst du leicht in den Gedanken verfallen, er macht ihn zu wenig, aber du machst ihn mehr. Du wüstest mehr. Und so weiter, und so fort. Das ist alles so eine, ich sage es mal ganz trocken, eine lächerliche Farce. Eine Spielerei im Leiden, ohne zu wissen, was wir uns diesbezüglich selbst antun. Eine Spielerei im Schmerz, eine Spielerei im Opferdasein. Und deshalb hat ein Opfer, das mir begegnet, es bekommt von mir kein Mitleid mehr. Und es bekommt von mir keine Bestätigung mehr, sondern die absolute Einladung aus einer tiefen Autorität der Liebe, die Einladung, endlich zu wählen. Endlich eine Entscheidung zu treffen und sich nicht mehr im Jammertal der begrenzten Welt umherzuwälzen, und zu glauben, dass dies das Leben ist. Ich weiß, das sind starke Worte und es bedarf einem inneren, starken Schritt, um dies anzuschauen, um diese Ehrlichkeit aufzubringen und sich selbst an der Nase zu fassen und zu sagen, hey, das bin alles ich. die Welt, die ich sehe, ist mein Geisteszustand. Und den möchte ich jetzt, den Geisteszustand der Angst, den möchte ich jetzt beenden, weil ich mich für die Liebe entscheide. Ich bin endlich treu der Liebe gegenüber und ich beende meinen treue Schwur der Angst gegenüber. Ich bin entschlossen, dass ich alles natürlich entfalten kann, weil ich im Lebensplan, weil ich im Heilsplan Gottes eingebettet bin. und er wird dieses Körperchen schon ganz gut versorgen in diesem Plan der Liebe. Denn im Plan der Liebe gibt es keinen Mangel und es gibt auch keinen Kampf, noch irgendetwas Besonderes zu bekommen, um zu überleben. Werde zum Diener Gottes und du wirst nie mehr Mangel erfahren. Und du wirst nie mehr in eine Situation kommen, in der du nicht weißt, was du tun sollst. Denn du bist vollständig frei. Und das ist es doch, was du willst. Du bist dran. Danke. Diener Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020